Wie ist denn dein Name? Larissa. Larissa. Und du hast schon gekämpft? Ja, zweiter Platz. Und in welcher Gewichtsklasse? 30,8. Und, hat es dir Spaß gemacht? Ja. Bist du zufrieden mit dem zweiten Platz? Ja. Und, wie lange bleibt es da noch? Bis Abend. Echt? So lange? Guckt ihr die großen Kämpfer auch noch an? Ja, und wir singen dabei. Dann habt ihr ja einen richtig erlebnisreichen Tag heute. Ja, mein Onkel übernachtet noch bei uns. Ja, dann viel Spaß. Danke. Und dann bis später. Tschüss. Ciao. Tschüss.